Sie sind hier, 17. Januar 2019, 12.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Daniel Bayer spielt seit 2008 für den FC Augsburg Urheberrecht, Getty Images der FC Augsburg setzt weiter auf ein Trio um Kapitän Daniel Bayer. Zwei Innenverteidiger unterschreiben langfristige Verträge bei den bayerischen Schwaben. Der FC Augsburg hat vor dem Rückrundenstart wichtige Personalien geklärt. Kapitän Daniel Bayer, 34, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2020, Jeffrey Gouville, 27, und Kevin Danso, 20, bleiben dem FCA sogar bis 2024 erhalten. Das teilten die Schwaben am Donnerstag mit, es ist ein klares Zeichen der drei Spieler, dass sie ihre Zukunft beim FCA sehen, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport. Daniel ist eine Institution in Augsburg, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler einem Verein so viele Jahre die Keuhe hält, sagte Trainer Manuel Baum über Bayer, der seit 2010 für den FCA spielt. Gouville Uff bezeichnete er als einen der besten Innenverteidiger der Bundesliga-Anzeige, jetzt das Trikot des FC Augsburg kaufen, hier geht es zum Shop, die Augsburger, die zum Auftakt am Samstag, 15.30 Uhr im Live-Dicker. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf empfangen, gehen als Tabellen minus 15. In die zweite Saisonhälfte, Torwartfragen noch offen gegen die Fortuna muss Baum improvisieren. Der Coach kann nicht mit dem gesperrten Rani, Kedira, den verletzten Julian Schieber und Felix Götze sowie Achieolku, Dong Wong-Joy, beide Asien-Krab und Kai-Jubi abwesend planen. Der Einsatz von Konstantinos Staphylides, muskuläre Probleme ist zudem nahezu ausgeschlossen. Am Freitag möchte Baum sich auf eine Nummer 1 im Tor festlegen, von Sportinformationsdienst. ied Pippo« Arm Raad, denös Staphylides, muskuläre Probleme ist zudem dann zu 81.